Musik Guckst du mich an? Guckst du mich an? Musik Waschmaschine, Trockner, Arbeitszimmer, Balkon Nummer 1, Bad, unsere Küchenzeile, also unsere Küche, dann noch ein Bad, Schlafzimmer, zur Straße, wer es mag, dann unser Wohnbereich, mit schön großem Esstisch, und das ist unser Balkon, mit Ausblick, Schlafzimmer Nummer 2, hier haben wir jetzt noch mal geschlafen, am Wasser, das ist ganz nett, oder? Wir fahren mit der Bahrein Ja Ja Der nächste Stop ist Riverwalk Station Das ist so cool Ja Das ist so cool Ja 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 Es regnet in Strömen, auch wenn sie beim Strahlen Miami Beach Korrekt 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 Musik 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 Outro